Da machen wir uns jetzt, das klingt ein bisschen komisch, aber da machen wir uns jetzt ein bisschen was auf den Handschuhe drauf. So in der Größe, so ein bisschen haselnussgroß, hat einfach den Sinn, der Sushi-Reis ist sehr, sehr klebrig. Wenn man das nicht drauf macht, dann ist es quasi jetzt wie, als würden wir Öl drauf machen. Zu Hause braucht es natürlich nicht. Uh, das kann ich mir nur ans Hinner schmieren. Bitte? Nein, alles gut. Warum wollen Sie sich das nicht schmieren? Nein, nein, die Handschuhe. Nein, es geht aber jetzt gerade so ein bisschen, aber nur so ein bisschen, damit die Handschuhe nicht so festkleben, weil das macht das mit dem Sushi-Roll auch nicht ganz so viel Spaß. Das ist ein Schmier. Das ist fast ein Schmierbeginn. Wir hätten jetzt auch Öl nehmen können, aber wir haben die da und man sieht, die ist ganz schön. Das ist ein relativ guter Schmierbeginn. So, dann haben wir unsere Eigenblätter. Oh. Vielen Dank.